Ist unsere gesetzliche Rente überhaupt noch sicher? Mein Name ist Peter Knüttel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, es gibt Streit zwischen der Deutschen Rentenversicherung, der Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Frau Rausbach, und der Chefin der Wirtschaftsweisen, der Frau Monika Schnitzer. Und zwar, bevor ich darauf eingehe, möchte ich Ihnen mal noch ein Bild zeigen und auch die Überschrift, die ich Ihnen benannt habe, ob die Rente noch sicher ist, kommt nicht von mir, sondern von einem Artikel aus der Süddeutschen Zeitung vom 10. Januar 2024. Ja, und da sehen wir hier unseren doch anpackenden, ehemaligen Bundesarbeitsminister Norbert Blüm. Das war nochmal ein richtiger Kerl, der hat auch immer, sagen wir mal, so wie die Leber gerade gelaufen ist, oft den Leuten auch gute Sachen gesagt. Und er hat sich damals ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Sie wissen es noch, der Spruch, die Rente ist sicher. Ja, Sie sehen ihn hier, wie er ein Plakat auf die Litfaßsäule draufklebt. Also finde ich ganz prima. Das war noch eine Politiker-Generation, wo ich sage, Mensch, da können sich unsere aktuellen Politiker wirklich noch eine Scheibe abschneiden. Aber das soll es erstmal so gewesen sein. Und es geht um folgendes Problem. Die wirtschaftsweise Schnitzer, die wir ja nun auch kennen, die ja die Mütterrente 1 und 2 abschaffen will und auch die Rente mit 63 abschaffen will, nur um den Staatshaushalt zu sanieren. Die sagt, ja, der Bund zahlt jährlich über 100 Milliarden Euro an Steuermitteln zur Finanzierung in die Rentenkasse ein. Und im Jahr 2031 wird wohl jeder zweite Steuereuro da in den Haushalt der Rentenversicherung reinfließen. Und das wird wohl alles mit den Bundeszuschlüssen immer schlimmer werden. Das wird nicht reichen. Und deshalb müssten sich eventuell die jüngeren Menschen in Deutschland sorgen, um ihre Altersvorsorgung zu machen. Aber die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung hält voll dagegen und sagt, Stopp, das kann so nicht sein. Das ist Panikmache, das ist Angstmache. Ich möchte das so nicht kommentieren. Ich stecke da nicht so sehr in den tiefen Zahlen drin. Aber, meine Damen und Herren, die Frau Rosbach hat zu einer Gegenkritik ausgeholt und hat ja einfach mal der Frau Schnitzer gesagt, dass die ganzen Warnungen der Wirtschaftsweisen vor immer höheren steigenden Zuschüssen im falschen übertrieben sind. Die Sorge vor einer rasant steigenden Belastung des Bundeshaushalts durch Zahlung an die Rentenversicherung teilt sie wohl aufgrund der geltenden Rechtslage nicht. Naja, da spricht wiederum eine Beamtin, eine Juristin, die sagt, Naja, was interessiert es mich möglicherweise, wo die Kohle herkommt? Der Haushalt der deutschen Rentenversicherung wird durch Bundesmittel gespeist und diese Bundesmittel sind gesetzlich zugesichert und stehen auch im SGB VI so drin. Also da finde ich, ist die Gegenkritik von Frau Rosbach auch nicht ganz korrekt. Die Frau Schnitzer hat gewarnt, der Bund müsse in 25 Jahren mehr als die Hälfte des Haushalts für Steuerzuschüsse ausgeben. Das kann so nicht sein, damit man auch die 48% Rentenniveau hält und den Beitrag zur Rentenversicherung begrenzen wolle, ohne dass sich irgendetwas an dem Ungleichgewicht zwischen der sinkenden Zahl der Beitragszahler und der steigenden Zahl der Rentnerinnen und Rentner ändert. Also, ja, meine Damen und Herren, das ist doch der Punkt, den ich auch immer wieder anspreche und sage, Leute, da müssen wir endlich mal was tun. Aktuell belaufen sich die Steuerzuschüsse auf über 110 Milliarden Euro. Wir müssen was tun. Wir müssen endlich eine einheitliche gesetzliche Rentenversicherung haben, in die alle einzahlen, in die Leute wie ich einzahlen, in die alle Arbeitnehmer einzahlen, in die Selbstständige einzahlen, in die Beamte einzahlen, in die auch Frau Schnitzer und Frau Rosbach einzahlen, soweit sie noch nicht in Rente sind oder noch keine Pensionen bekommen. Ja, sicher ist die Rentenversicherung mit wichtigen gesamtgesellschaftlichen Aufgaben beauftragt. Das ist auch klar. Und gerade in Krisenzeiten hat sich die Rentenversicherung immer bewährt. Da stehe ich voll auch hinter Frau Rosbach, die ja klipp und klar in einem anderen Beitrag nochmal gesagt hat, dass das Vertrauen in die Rentenversicherung gerade jetzt in den Krisenzeiten wieder angestiegen ist. Aber Frau Schnitzer und Co. sollten bitte aufhören, so Frau Rosbach hier von einem finanziellen Desaster für die Rentenversicherung auszugehen und davor zu warnen. Wir wissen nicht, wir wissen einfach nicht, was wirklich in der Zukunft kommen wird. Wir wissen nicht, ob die Hälfte des Bundeshaushalts dann irgendwann mal für die Rentenversicherung ausgegeben werden muss. Das sind alles Dinge, die Frau Rosbach so nicht nachvollziehen kann. Die Warnungen beruhten offenbar auf einer Vorausberechnung des Wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums. Diese beruhten aber auf überholten Annahmen etwa zur Entwicklung der Bevölkerung, welche die künftige Alterung und damit den Sicherungsbedarf vermutlich signifikant überschätzen. Also hier geht es wirklich um Differenzen in der Frage, wie viele Menschen leben denn im Jahr 2031 oder später in Deutschland? Sind es weniger als 80 Millionen? Sind es mehr als 80 Millionen? Wir wissen es nicht. Wir haben aber wirklich ein Riesendemografie-Problem. Und ich glaube, Frau Schnitzer und Frau Rosbach, Sie werden mir recht geben, wir werden bald wissen, welche Auswirkungen es hat, wenn die Babyboomer dann in Rente gehen. Und ob dann ausreichend Beitragsmittel in die Rentenkasse reinfließen und ob wir weiter auch mit einer entsprechenden Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt, es muss eine echte Zuwanderung sein, die geregelt sein muss, das ist auch klar, ob wir damit auch die Lücken, die dann entstehen, wenn die Babyboomer im Rente gehen, wieder auffüllen können und auch übererfüllen können. Ich hatte auch schon mal dazu was gesagt, dass es ganz, ganz wichtig wäre, dass wir zum Beispiel unsere Frauen in Deutschland besser in Arbeit bringen. Aber auch das ist ein riesengesellschaftliches Problem, was wir immer noch nicht genutzt haben. Also, meine Damen und Herren, aktuell bis 2025 würde ich sagen, die Rente ist sicher, ja, gar keine Frage. Was danach kommt, ich weiß es nicht. Auch hier kann Frau Rosbach sicherlich keine, sagen wir mal, Durchhalteparolen, also sie sollte zumindest keine Durchhalteparolen hier an den Tag legen. Das macht keinen Sinn. Man muss schon ein bisschen kritisch hier gucken, was in Deutschland los ist. Und dass wir ein demografisches Problem haben, das ist doch wohl ganz klar. Das sollte bitte auch Frau Rosbach nicht verschweigen. Ich kann zumindest in den ganzen Beiträgen und Artikeln nicht erkennen, dass hier Frau Rosbach dazu auch mal was gesagt hat, dass man hier ein echtes Problem haben könnte. Aber letzten Endes, Frau Schnitzer, geht auch manchmal ein bisschen zu weit und mit ihren Forderungen und mit ihren Aufbehauptungen und will aber hier wahrscheinlich nur provozieren, damit die Politik auch mal hier in die Gänge kommt. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Ich gehe davon aus, Sie können sich selber ein Bild machen, ob Ihre Rente sicher ist, ob insgesamt für unsere Jugend die Rente sicher ist. Ich weiß nur eins, in Krisenzeiten hat sich die gesetzliche Rentenversicherung immer bewährt. Sie ist auch ihrer Verpflichtung, Renten auszuzahlen, auf die man einen Anspruch hat, nachgekommen. Mehr zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.